Wir sind gewerblich-industrieller Versicherungsmakler und haben als Zielkunde den klassischen gewerblichen Mittelständler, Familienunternehmen, aber auch Industrieunternehmen oder auch anspruchsvolle Privatkonten. Die größte Motivation lag darin, einfach nochmal von neu zu beginnen. Vorher hatte ich auch schon unternehmerische Erfahrungen sammeln können und wenn man von neu startet, hat man die Möglichkeit, sehr viel an Strukturen, die einen vielleicht vorher im Arbeitsleben blockiert haben, nochmal gänzlich auf Null zu setzen und diese Strukturen zu brechen und dann anders über Dinge nachzudenken und die Strukturen anders aufzubauen. Unser Unternehmen lebt davon, dass wir zwei Komponenten haben, die wir sehr stark in den Fokus rücken. Zum einen ist es das Thema des juristischen Wissens. Viele Mitarbeiter hier haben juristischen Background. Ich selbst habe auch im Jura mit dem Schwerpunkt Versicherungsrecht studiert und promoviere aktuell in Jura. Gleichzeitig haben wir aber auch den Schwerpunkt in dem Bereich Digitalisierung, wo wir neue Medien oder auch neue Technologien aktiv bei uns im Unternehmen einbringen. Und durch diese Technologien ist es uns möglich, Verwaltungsstrukturen schlanker zu gestalten und damit Konzepte für unsere Kunden auf einem sehr günstigen Preislevel zu erzielen. Wir haben ursprünglich hier in Westerburg gestartet, klassisch als Garagenbetrieb, wenn man so möchte. Und für uns kommt jetzt der Zeitpunkt, wo wir aufgrund der Mitarbeiter neue Räumlichkeiten benötigen. Diese Räumlichkeiten haben wir in Montabaur errichtet und wir versuchen dort alle Elemente des Modern Workings auch mit einfließen zu lassen, um Mitarbeitern eine wunderbare Aura zu bieten, ihre Persönlichkeit, aber auch ihr fachliches Wissen weiterentwickeln zu können und für die Kunden dann eben einsatzbereit zu sein.